Ich habe mich nicht gefreut, dass er mit der P90 umgelaufen ist, oder? Das ist doch auch nichts anderes. Ich schlafe doch nur mit der P90 rum. Ey, wollen wir euch jetzt rumstreiten? Die hat ja nicht angefangen mit Sniper. Und du legst ja in Aqua und immer so viel Wert auf Sniper. Ja, auf Sniper-Betteln, aber da waren jetzt gar im Spiel. Was ist das für ein Sniper-Bettel? Das ist Weigel. Das kann ich auch nicht dafür. Ich muss, ich würde das per Wallverdicht haben. Ah, Leute. Junge. Hört doch jetzt auf. Mein Gott. Das ist jetzt schlimmer, als wenn wir gegen irgendwelche anderen spielen. Na. So, jetzt machen wir alle Ei Ei und sind wieder lieb und bla bla bla. Okay, wir gucken durch, weil hier ein Striker ist. Gehe ich dir mal richtig auf die Klinge auf. Ich habe ihn gesehen. Aber er mich nicht. Einer ist bei uns im Spawn. Wir sind in die Tür. Ah, von hinten. Nur mit so einem leicht geäßigen Unterton, aber man sollst ein Gatsch bewahren. Du Assi. Boah, du Assi, Alter. So. Oh Oh Lacko Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Haa! Ja, halt. Haa! Scheiße. Oh, komm. Haa! So, UMP ist meine nächste Waffe, die ich auf Gold mache. Oh, boom. Oh! Aaaaaaah! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet, kümmern euch darum! Wir sind in Führung! Was? Da war doch ein blauer Nagel drüber! Nein! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet, kümmern euch! Oh, warum spielen denn auf einmal alle die P90? Was ist das? Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Mach mal! Nein, Alter! Häuserkampf für CP90! Unschlagbar! Feindliche Vorräter! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Wie weit? Gehauuuuck! Leck mich doch! Oh maaa! Alter, verpiss dich. Ja, jetzt hinter die anderen Vorräten. Alter, die P90. EMS. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Kümmern euch darum. Ähm, ja, Vorsicht. Ach, feindliche Vorräte. Aufklärungsdrohne bereit. Nein. Aufklärungsdrohne einsatzbereit. Einfach unsere Aufklärungsdrohne. Ist online. Kannst du da hinnehmen? Feindlicher Luftschlag unterwegs. Oh. Hoh-hhm. Ah. Also so wie nicht. Wenn ich so selber von der P90 die ganze Zeit gekillt werde, ist das schon eine scheiß Waffe, Alter, echt. Mann. Oh, ich muss... Alter, schau doch. Vier Schuss braucht man immer noch nicht. Also das gibt's gar nicht, ey. Soll ich mach mal ein Emblem an. Was ist mein Emblem, Alter? Das ist halt so ein haariger Affe. Erhalten Sie eine Spiegel über den Nervskamera mit einem präzisen Luftschlag. Ja, ich glaube nicht, dass ich so net hoffe. Ich hab keine Waffe, aber du bist fertig, ich hasse den Müll. Nein, jetzt hab ich... Du hast es, wirst der Malt immer drauf, der ist grad drauf, retten wir. Ja, genau. Abschuss bestätigt. Äh, die fallen nicht, oder? Nö. Sonst würden wir verli... Wir würden verlieren. Okay, äh... Weißen ist neidisch. Hallo. Ah. Okay, äh... Achtung bei dir, an der Seite, an der Seite, an der Seite. Ich weiß. Aufklärungsdrohne bereit. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. So, äh... Ach, なu! Hebeziger. Oh, fährt hier nicht gut. Oh, ich bin hier nicht gut. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Hää! Nein, ich habe nur noch eine Kugel gehabt. Oh, ich wurde angeschossen. Abschuss bestätigt. Ich kann machen, was ich will. Ich kann den Weiß jetzt wirklich nicht mit einem Schuss holen. Diese Scheiße weige nicht. Vorräte sind bereit. Auf mich wird geschossen. Oh Gott. Oh, letzte Kugel. Oh Gott. Puh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich krieg echt Umzugsanfälle. Ich krieg 5 Schwarz miteinander genau gleich auf dem Weigel noch. Und erst mal 5 Schussfremdreff ich im Weigel. Obwohl ich vorher genauso drauf war. Nein, ey, nehm ich mal von hinten. Aaaaaahhhh Hab ich. Hab ich. Ich hab keine Munition mehr, das ist viel schlimmer. Ich hab nur ne Predator. Nein, ich will die ganze Sprechung mehr gibt. Abschuss bestätigt. Aufklärungsdrohne bereit. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Vorräte sind unterwegs. Geschütz bereit zum Einsatz. Der war drauf. Der war einfach drauf. Ich hab nur noch meine USP. Akimbo. Ich werd geschossen! Ich glaub ich bin, Alter. Ich glaub ich bin. Ich hab keine Munition. Oh ne, lauf mit dem USP hier rum. Ich bin tot! Haaa! 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 Nein! Jetzt hab ich überhaupt keine Munition mehr! Verdammt! Scheiße! Null Munition! Kralat im Haus! Oh, ich bin tot! Oh, ich wusste es! Ich bin tot! ... mit dem Eddie vielleicht noch nicht! denn nicht was nein Nein, Alter! Naht raus! Mein Gott! Was geht denn jetzt aus hier? Ja, jetzt sind wir auf der Lüge, jetzt reißen sie wieder auf. Verbrechen! Ja, ich wollte natürlich einen Secondary Kill. Ah, Alter! Mein Gott! Mann! Nein! Mein Gott! Ich krieg nur meine Marke! Abschuss bestätigt! Ui! 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 Achtung! Feindliche Vorräte! Alle, die treffen, sind immer... Nein! Fuck! Nein! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Kümmert euch darum! Gebraucht! Nein! 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 Ja! Ach! Ja! Ah! schuss nicht Habe ich eben geschützt Warte ich mach den letzten schön so jetzt hab ich die Schnipper Ah Der war scheiße Nein Nein Digger nicht sterben Bleib einfach so Ah Mein Herzert geht schon wieder nicht Mann Da liegt der Wert auf Quicksburg und hockt dann irgendwo im Haus mit Haarscopen und Attentäter Was geht mit dir nicht? So jetzt doch mal bitte Bist ein scheiß Kämpfer in der Runde gewesen Ich hab gegen ein bisschen Barrett Richtig Oder wenigstens ohne Attentäter Ich kann schnell ziehen auf Sturm gehen Ich bin da Ja ich bin ja ohne Attentäter Ich hab ja auch Attentäter Aber ich kenn zumindest die ganzen Leute damit rum Da 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 Ich bin jetzt mal länger weg Ich muss wieder mit Ja Das Spiel Ich glaub euch mal Dann machen wir wieder 3 gegen 3 Oder? So Leute Lange mach ich aber auch nicht mehr Wo sind die denn? Hat er mich schon eingeladen Bööööööööööööööö Ahaaa Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen schneiden. So wie 10 Stunden. Ich habe ihn eingeladen, war kurz an der Party. Ich habe ihn aber keine Ahnung. So, UMP die nächste Waffe. So, ich brauche Aufsätze auf Level 12 und Schnellfeuer auf Level L. Wo ist der Weichel denn jetzt drin? Jetzt hat er jetzt drin. Jetzt hat er es kapiert. Halt's mal! Warum ist der Weichel drin und nicht der Christen? Weil ich doch nicht Kaffee gehen muss. Und der Weichel? Na gut, komm, ich spiel noch die UMP. Ich spiel die UMP ein bisschen aufleveln. So, wo war man denn da? Aber 12, jetzt schalte ich gleich. Boah, wie soll ich denn das heute Abend aushalten? Ich bin ja jetzt schon müde. Superbowl. Ich glaube, ich leg mich gleich nochmal ein Ründchen hin heute Abend das Superbowl. Was hast du denn heute Abend vor? Superbowl gucken? Ernsthaft? Was? Ernsthaft? Besser als scheiß Fußball. Ich kann Fußball überhaupt nicht leiden. Ja, ich auch nicht. Aber Superbowl ist da irgendwie auch langweilig. Nix da. Football ist viel, viel besser. Ja, ja. Anne. Auch nicht. Ja, für dich sieht das so aus. Mann, Chrissi 007, warum hast du denn keine Freunde, die mit dir spielen? Und warum gehst du alleine in ein Duell 3 gegen 3? Ja, ich gehe auch manchmal in eine 3 gegen 3, aber ich gehe wieder raus, wenn ich dann merke, dass da kein anderer mehr reinkommen kann. Chrissi, geh mal raus! Okay, das war jetzt nett gesagt. Entweder gehst du in 5 Sekunden, oder wir werden bös. Hahaha. Das war die Hatter, ja. Mann, ich wollte ihm da nur ein bisschen so ein paar Nachrichten schreiben mit nur einem Buchstabe drin. Christi, was hast du getan? Kathleen Hörer- amidst. Es war auf jeden Fall irgendein schwedischer Name. Nein, nein, nein. Die anderen wollen ja eh nicht. Halt die Fresse. Oh, ernsthaft. Versteht mich klarer, deutlicher und besser. Halt die Fresse. Okay. Aber nicht schießen. Todeschuss, Todeschuss, Todeschuss. Wer hält die Waffe schräg? Ach, komm! Loll! Ja, der Broodissim ist drin. Was hat er da versucht zu machen? Einen... ...Volver oder was? Loll, das ist ja eine komplette Türken-Gang. Äh... Boah, also ich hab... Ich hab ein komplettes Gegner-Team. Die heißen aber alle irgendwie suchen. Ja. Kenn ich. Warum startet das Spiel denn nicht? Die haben auch das drehende Emblem da mit dem Stern. Anstatt das Level. Oh Mann. Alles Hacker. Ja. Ja. Nee, das bekommst du mit 10.000 Headshots. Aaaah. Hat der oder M7. Ja, sieht ja super aus hier, ne? Kriegen wir ja noch mehr. Ja. Äh... Warte mal Razzat. Das ist ja eine tolle Lobby. Entweder Hacker oder Dome. Ja, aber Hacker ist das ja wie Dome. Klarer definiert. Übersichtlich. Und pass auf, nur ACR. Harry, die haben doch alle jetzt ja die USA dabei. Was? 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 Fangen wir mal mit der ACR an. Boah, was nehm ich denn? Fangen wir mal mit der ACR an. An. Los, tun wir's. Wir sind in Führung. Ach, kriegt der mich dort noch. Ich bin Nimmer. Nach dem Haus war er. Mein Headset. Achtung, da kämpft einer beim Bulldozer. Mit einem goldenen MSR. Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne einsatzbereit. Einem. Damit du kämpfen. Wirklich zwei Gegner. Was für eine Überraschung. Ah, maaaann. Tschö. Hab's effektiv. Komm, ich hab die Kralate geworfen. Lauf weg von mir und nicht zu mir. Ja, bin in den Tunnel und tot. Ich kann doch nicht mal die Granate werfen so schnell bin ich tot. Alter. Ich stell mich grad wieder an ey. Ich glaub ich hab zu spielen verlernt. Ja, der schießt. Obwohl ich schon nicht mal um die Ecke kam. Ah, da kommt einer beim Tunnel. Nein, was hat er gehabt? A, C, R und ich geh zu schnell durch den Sniper. Alter. Oh, leck mich doch. Ah, zwei Granaten haben ihn langgeflogen. Danke. Ah, der Tod. Ich bin behindertes vor. Klaro. Ja. Meine Granate fliegt nicht. Ja, es leckt. Äh, Weigel. Ja, ich bin unter der Map. Weigel? Ich bin unter der Map. Ach, der Eddie ist weg. Ja, ich bin schon wieder. Oh, mein. Also, Leute. Ich bin weg. Das war's. Ich hab keinen Bock mehr, echt. Jedes Mal. Ah, dagegen. Okay. Ich glaub, wir sind auch da draußen. Lust auf BOT? Okay. Okay. Also, Leute. Hau rein. Bis dann. Ich bin weg. Ciao. No. Auf Wiedersehen. Bye. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.